Get Together war das Motto für die 1KS der Hack Landek am Ende der zweiten Schulwoche. Um uns besser kennenzulernen, fuhren wir auf den Grabberg, wo wir uns in der komfortablen Gipfelhütte einquartierten. Am Vormittag standen dann diverse Kennenlernspiele am Programm. Hallo, das geht's! Oh, du musst immer an! Ich bin der Kugel! Sascha! So! Du machst alles so gleich wie der andere Schliff. Okay, ist egal. Du machst nur ins Quadrat. Machst du weh? Jetzt kannst du gehen. Jetzt geh da ein bisschen, Mann! Oh, hier! Hey! 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 Ohne den Ball natürlich mit irgendwelchen anderen zu bewegen. Stell dir zu so an! Was? Ja! Robine! Ja, genau! Super! Leicht raus für sich! Nein! Warte! Ja, jetzt haben wir! Okay! 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 Ich bin ja aus! Ich bin ja aus! Ich bin ja aus! So jetzt! Ja! Ich bin ja aus! Ich bin ja aus! Nach einem Mittagessen ging es dann weiter mit einer Schnitzeljagd im weitläufigen Gelände rund um den Grabberg. In vierer Teams suchten die Schülerinnen im Gelände nach Teilen, die ihnen anzeigten, wo die verschiedenen Fragestationen zu finden waren. An jeder Station waren Aufgaben zu erledigen. Mal waren es Wissensfragen, mal Schätzfragen. Und zum Teil waren die insgesamt sieben Stationen gar nicht so leicht zu entdecken und einige Höhenmeter zu überwinden. Nach so viel frischer Waldluft war es nun an der Zeit, den Hunger mit einem viergängigen Abendessen im Restaurant zu stillen, während draußen schon die Sonne hinter dem hohen Riffler unterging. Am nächsten Tag startete die Klasse das Projekt Gipfelsieg. Das wunderbare Herbstwetter erlaubte sensationelle Aussichten auf die vielen Berggipfel und Täler rund um. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach dem obligatorischen Eintrag im Gipfelbuch an einem eher ungewöhnlichen Gipfelfoto machten wir uns auf den Weg zur Goklesalm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Ziegen am Weg waren sehr wählerisch, was die Berührungen anbelangte, aber unsere Jungs meisterten auch diese Aufgabe mit Bravour. ardı. Die Ziegen im Gipfel muss aus der Gipfel travailler, es gibt eine Untertitelung zu machen, Die Koppelsalm im Blick ließ nicht nur die Herzen der Schüler höher schlagen, sondern motivierte auch unseren Begleitlehrer zu Freuden springen. Nach dem Aufstieg zur Bergstation endeten diese ereignisreichen Tage mit wundervollen Erinnerungen und vielen neuen Freundschaften, die hoffentlich das ganze Schulleben anhalten.